Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne 5 unterschiedliche Einkommensströme vorstellen, die ich mir derzeit aufbaue. Ich hatte ja so oder so schön hier auf diesem Kanal mal gesagt, dass ich jetzt probieren werde, euch noch mehr Einblicke in das zu geben, was ich derzeit tue. Nicht unbedingt nur das, was ich getan habe, beziehungsweise was ich mir aufgebaut habe, sondern euch wirklich mal Schritt für Schritt zu zeigen, welche Dinge ich tue und vor allen Dingen, ob ich damit Erfolg habe oder nicht. Viele von diesen Einnahmequellen, die ich euch jetzt zeigen werde, habe ich bisher nur in sehr geringem Maße mir aufgebaut, beziehungsweise ich bin gerade dabei, an diesen Einnahmequellen zu arbeiten, beziehungsweise habe ich schon mit den Firmen gesprochen und ich möchte euch, wie gesagt, jetzt nur Einnahmequellen zeigen, wo ich zum einen die ganzen Dinge schon steuerlich geklärt habe, aber auch zum anderen, wo ich, wie gesagt, schon Fuß in der Tür habe und genau, wo ich derzeit zum Beispiel dabei bin, meine Kurse hochzuladen, Hörbüche hochzuladen und so weiter und so fort. Genau, die erste Plattform, wo ich derzeit am Arbeiten bin und wo ich jetzt schon meine ersten Kurse hochgeladen habe, ist diese Plattform hier namens CyberU. Viele von euch hatten mich nämlich gefragt, ob CyberU irgendwas mit Udemy zu tun hätte, weil nämlich CyberU vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, das U steht für Udemy oder was auch immer und nein, das hat nichts mit Udemy zu tun, das ist eher eine Plattform, die halt auch einen anderen Fokus hat als Udemy, nämlich CyberU ist praktisch eine Plattform, wo mit deinen Kursen Firmen ausgebildet werden, beziehungsweise die Mitarbeiter von diesen Firmen. In meinem Fall ist es ja so, dass ich relativ viele Marketingkurse habe, das heißt, ich habe beispielsweise meine digitale Marketing Masterclass, ich habe meine Facebook Marketing Kurse, ich habe Quora Marketing Kurse und es sind auch einige weitere Marketing Kurse in Arbeit. Und natürlich hat diese Plattform auch Interesse daran, hat mich also angeschrieben und hat gesagt, du Leon, wir hätten gerne deine Kurse auf unserer Plattform, wir würden gerne diese Kurse an praktisch Firmen verkaufen. Und natürlich bin ich immer, was das angeht, relativ kritisch, nämlich wenn ich mir eine neue Einnahmequelle aussuche, müssen zwei Dinge stimmen. Zum einen, wenn diese Plattform weltweit meine Kurse verkauft, dann müssen die für mich auch überall die Umsatzsteuern abführen. Das heißt, für mich persönlich ist wichtig, dass wenn ich jetzt so eine Firma mir aussuche, dass, wie gesagt, die auch das Ganze für mich steuerlich einfach machen. Ich möchte ihnen einfach nur eine Reverse-Change-Richtung schreiben und dann hat sich das Ganze. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Steuern abführen in den USA, ich möchte jetzt nicht Steuern abführen, was weiß ich, nehmen wir an, meine Schüler sind in Russland, sind in Angola, sind in Brasilien oder wo auch immer, dort möchte ich nicht überall meine Steuern abführen, weil das kompliziert und teuer ist. Genau, das ist also schon mal das Erste. Der erste wirklich wichtige Faktor, dass die für mich die Umsatzsteuern abführen oder ähnliche Steuern wie zum Beispiel Sales Tax in Amerika oder GST in Indien, Australien und so weiter und so fort. Dann, der nächste Punkt ist natürlich, dass diese Firma auch wirklich was zu bieten hat. Und zum Beispiel CyberU ist praktisch eine Plattform von, ich glaube, Cornerstone Learning heißen die. Und wenn man auf Wikipedia guckt, da, jetzt bitte mich nicht darauf festnageln, aber ich glaube, sie haben so etwas wie 500 Millionen Umsatz mehr und da natürlich sage ich mir jetzt schon, aha, das ist eine große Firma. Das ist jetzt nicht eine kleine Online-Kursplattform, die zu mir gesagt hat, hey Leon, wir würden gerne eine Kurse da drauf haben, sondern das ist wirklich eine Plattform, die einen globalen Reach hat, dementsprechend auch für mich tatsächlich die ganzen Steuern abführen kann. Also natürlich keine Einkommenssteuer, sondern wirklich nur sogenannte Transaktions- und Umsatzsteuern. Und das macht das Ganze für mich sehr, sehr viel einfacher. Genau, also auf CyberU habe ich jetzt schon einige Kurse praktisch hochgeladen. Sie sind noch nicht öffentlich, weil ich nicht das Hochladen selbst tue, sondern ich lade praktisch die Kurse hoch und CyberU lädt sie dann auf die Plattform hoch. Nämlich ich lade sie nur in den Google Drive-Folder hoch, schicke den praktisch an CyberU und die managen den Rest für mich. Das macht das Ganze auch sehr, sehr einfach. Und dann, wie gesagt, hoffe ich mal, dass ich relativ bald hier anfange, mit CyberU Geld zu verdienen. Genau, bei CyberU ist es anscheinend so, dass die immer wieder so, ja, in Anführungsstrichen, also sie nennen es Rounds haben, Runden haben, wo sie praktisch neue Kurse suchen. Das heißt, alle paar Monate suchen sie noch neue Kursen. Diese werden dann halt ins Sortiment mit aufgenommen und fangen sofort an, Geld zu verdienen. Dann, die nächste Plattform ist tatsächlich eine, die was mit Udemy zu tun hat. Ist natürlich auch im Namen drin. Nämlich Udemy for Business. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen tatsächlich Udemy for Business. Nämlich, viele von euch kennen sicherlich Udemy. Udemy ist ja auch die Plattform, wo ich meine Online-Kurse publiziere. Dort hat sich jetzt sehr viel getan. Heute Abend gehe ich aufs Udemy Live-Event. Das heißt, ich werde heute Abend praktisch dann, ja, auch die ganzen anderen Dozenten mal treffen. Und das findet alles hier in Berlin statt, wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Aber Udemy for Business ist praktisch eine Option, die Udemy bietet, wo du wirklich gute Kurse, wenn du, also wenn Udemy deine Kurse als gut erachtet, in das Udemy for Business Paket aufnehmen lassen kannst. Und dann verkauft praktisch deine, verkauft Udemy deine Kurse an Firmen. Und diese werden dann halt mit diesen Kursen ausgebildet. Und, oder die Mitarbeiter von diesen Firmen werden ausgebildet. Und du erhältst dann immer für jede Minute, die geschaut wird, ein wenig Geld. Und bisher ist das Ganze im englischsprachigen Bereich sehr, sehr erfolgreich. Der deutsche Bereich ist jetzt relativ neu. Und ich denke, da kann man jetzt nicht zu viel erwarten. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass man da 100 oder 1000 Euro im Monat mit verdient. Bloß, ich denke, im Long-Term wird natürlich auch Udemy den deutschen Markt genauso pushen wie den englischsprachigen Markt. Und ich merke es natürlich sehr, auch einfach deswegen, weil zum Beispiel Udemy dieses Jahr das Live-Event hier in Berlin gemacht hat. Das ist für mich persönlich, um jetzt mal so zwischen den Zeilen zu lesen, natürlich auch ein Zeichen, dass Udemy wirklich Interesse an Deutschland hat, beziehungsweise dem deutschsprachigen Bereich. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal eine weitere Plattform, wo ich, ja, wie gesagt, gerne meine Kurse publiziere. Soweit ich das sehe, sucht Udemy halt nach Kursen, die eine sehr gute Bewertung haben, wo die Schüler tatsächlich auch den Kurs schauen, der schon einige Zeit auf der Plattform drauf ist, der schon einige Bewertungen drin hat und der natürlich auch in den Rahmen, sag ich jetzt mal, von Udemy for Business passt. Und genau, bisher verdiene ich noch relativ wenig Geld mit Udemy for Business, aber ich glaube, das wird sich in der Zukunft ändern. Und genau deswegen suche ich jetzt immer nach Kursen, für die sich Udemy interessiert. Das heißt, Udemy schreibt öfter mal, die und die und die Kursthemen sind derzeit interessant. Dazu brauchen wir Kurse. Dazu produziere ich dann, wie gesagt, einen Kurs. Und ich hoffe dann natürlich, in dieses Udemy for Business-Programm wieder reinzukommen. Ich habe derzeit bereits, wie gesagt, schon einige Kurse in diesem Programm drin. Dann eine weitere Plattform, mit der ich derzeit vielmehr arbeiten bin, ist diese hier. Und ich weiß bis heute nicht, wie man sie ausspricht. Ich als Person, die lange in China gelebt hat, ich habe den Witz jetzt schon, glaube ich, schon, wenn das ein Witz ist, drei oder viermal gemacht. Ich glaube, man nennt es Xinxi oder Xinxi oder, also in China würde man es nennen Xinxi, aber, hm, weiß ich nicht. Vielleicht nennen wir es auch X-I-N, X-I-I, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich hier meine Hörbücher publizieren. Ich habe jetzt Folgendes gemacht, nämlich, Xinxi praktisch ist ja eine Plattform, wo du deine E-Books publizieren oder verkaufen lassen kannst. Es ist praktisch ein Distributionstool. Du kannst aber auch deine Hörbücher verkaufen lassen. Und das ist für mich sehr interessant, weil ich derzeit dabei bin, meine existierenden Kindelbücher in Hörbücher umzuwandeln. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Bloß ich glaube, dass ich damit nochmal einiges an Geld verdienen kann. Es gibt natürlich dazu noch einige Pendants wie Fire und da werde ich höchstwahrscheinlich auch nochmal einige Bücher publizieren. Ich werde das sowieso splitten, dass ich nicht so extremes Risiko eingehe. Ich werde auf jeden Fall meine Hörbücher über Xinxi publizieren, aber auch über Fire und hoffe dann natürlich auch aus beiden Einnahmequellen dann auch gutes Geld rauszukriegen. Eine Einnahmequelle, die ich jetzt seit relativ langer Zeit tatsächlich offline habe, ist diese hier, nämlich meine eigene Kursplattform, MyTeachingHero. Nämlich viele von euch hatten mich auch, oder ich habe es öfter mal in der Community, in MyTeachingHero gelesen, nämlich warum das jetzt hier stehen würde, warum es jetzt hier stehen würde, wir sind derzeit offline. Weil die Leute, die jetzt praktisch sich in meine Kurse eingeschrieben haben, können weiter ihre Kurse schauen. Die Plattform an sich ist jetzt auch nicht richtig offline. Bloß, ich habe jetzt erstmal alle Kurse von der Plattform runtergenommen, dass sie erst keinen neuen Schüler einschreiben können. Das liegt einfach an folgendem. Nämlich, ich würde gerne an MyTeachingHero ein bisschen rumbasteln. Ich habe folgendes vor. Nämlich, für mich persönlich ist jetzt wichtig, dass ich schaue, wie ich damit umgehe, dass Udemy praktisch diese Regeln jetzt verändert hat, hinsichtlich der Coupons. Und ich habe mir da folgendes überlegt, nämlich, ich hatte ja schon in den letzten Videos gesagt, dass Udemy derzeit, wie gesagt, die Coupons geändert hat. Ich kann jetzt nicht mehr diese Fixed-Price-Discounts geben. Und ich stelle mir vor, dass es vielleicht ganz sinnvoll sein könnte, eine monatliche Mitgliedschaft anzubieten. Dass beispielsweise so etwas wie 19 Euro kostet. Und dann können Leute meine gesamten Kurse einsehen. Und es gibt halt nochmal exklusive Kurse, die nirgendwo anders erscheinen, sondern nur wirklich auf MyTeachingHero. Und da gibt es auch nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel, ja, bei Webinaren teilzunehmen, persönliche Chats und so weiter und so fort. Daran bin ich derzeit am Basteln. Ich habe aber auch Folgendes vor. Nämlich, ich würde gerne ein paar hochpreisigere Produkte machen. Nämlich, die ganzen Kurse, die auf Udemy sind, die kosten weiterhin, die werden jetzt nicht hunderte von Euro kosten. Die bleiben immer noch in diesem Rahmen von, sage ich jetzt mal, 99 bis 200 Euro. Ich habe aber wirklich vor, Programme zu entwickeln, die das Geld wert sind, die wirklich groß sind, wo ich Leute zum Beispiel über einen 6-Monate-Zeitraum begleite oder für 3 Monate oder was auch immer. Und diese Art Mentoring-Programme werde ich höchstwahrscheinlich hier über die Plattform launchen. Die werden in der Preisklasse sein von irgendwas, denke ich mal, zwischen 500 bis 2000 Euro. Und das sind halt dann mal wirklich Programme, wo man für eine ganz, ganz lange Zeit zusammenarbeitet, die auch hoffentlich wirklich das Geld wert sind. Ich bin, wie gesagt, derzeit daran am Arbeiten. Ich glaube, es wird noch einige Monate tatsächlich sogar dauern, bis ich alles fertig habe. Es wird auf jeden Fall ein Flipping-Kurs in den nächsten 2 bis 3 Wochen kommen. Diesen Kurs werde ich hier auf my Teaching Hero publizieren, wo ich einfach mal zeige, welche Dinge man alles flippen kann. Übrigens auch dieses Mal mit Fokus auf Produktflipping. Das heißt, es geht um Dienstleistungsflipping, also Serviceflipping und Produktflipping. Und das wird, wie gesagt, hier auch nochmal auf der Plattform erscheinen. Ich habe da wirklich tolles Material. Ich habe irre viele Produkte jetzt in der letzten Zeit eingekauft, geflippt und habe das Ganze auch festgehalten. Deswegen, ich glaube, das wird euch gefallen. Und dann nochmal eine Plattform, mit der ich derzeit am sprechen bin, ist diese hier namens Cubimo oder Cubimo, wie auch immer man sie nennen möchte. Ich glaube, es gibt auch eine Plattform, die nennt sich Edimo oder sowas oder Eduemo. Die haben also auf jeden Fall zwei Plattformen. Und das Interessante hier drin ist das Folgende. Nämlich, die hatten mich angeschrieben und hatten praktisch gesagt, du Leon, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Wir hätten gerne ein paar von deinen Kursen zum Thema Business. Und da habe ich natürlich relativ viele Kurse. Die Plattform hatte mir folgendes angeboten, nämlich, dass praktisch man die Kurse, die ich halt bereits publiziert habe, hier publizieren könnte, um praktisch Schüler auszubilden. Anscheinend würden diese Kurse auch verkauft werden, wie zum Beispiel bei Udemy, dass diese Kurse dann 10, 20, 30, 50, 100 Euro kosten. Und das Interessante ist aber hier, dass es eher so eine Plattform ist, wo Leute tatsächlich ausgebildet werden in diesem Bereich. Nämlich, hier zum Beispiel steht ja auch, Turn your ideas into a business. Do you already have an idea or do you need to find one? Dann können Leute halt, wie gesagt, das Ganze auswählen. Und dann gibt es hier nochmal ein paar Informationen dazu und welche Art von Business die starten wollen und finden dann halt dafür die richtigen Kurse, die richtigen Materialien. Hier habe ich auch vor, meine Kurse hochzuladen. Das große Problem daran ist aber das Folgende, nämlich bisher, soweit ich das weiß, jetzt bitte mich nicht darauf festnageln, vielleicht selbst nochmal die AGBs lesen, aber das hatte ich auch in den E-Mails mit der Firma besprochen, fühlen die für mich nicht solche Dinge wie Umsatzsteuern ab. Und gerade wenn natürlich weltweit jetzt meine Kurse verkauft werden, ist das Ganze einfach wichtig. Und das Schöne ist, die sind sehr offen für diese Dinge. Das heißt, ich hatte die einfach mal angeschrieben, hatte gesagt, hey Leute, ihr hattet mich ja praktisch gefragt, ob ich mitmachen möchte. Ich habe daran sehr großes Interesse, weil man kann nie genug Geld haben, man kann nie genug Plattformen sein, weil je mehr Plattformen, so sag ich jetzt mal, da die Kurse drauf hast, desto mehr Geld wirst du höchstwahrscheinlich auch verdienen. Ja, und auf jeden Fall haben die mich gefragt und ich habe es in den Normalen geschrieben und habe ihnen gesagt, Leute, ihr müsstet aber für mich die ganzen Umsatzsteuern abführen, wenn ich meine Kurse mit euch publiziere. Und ich dachte zuallererst, dass ich eine Antwort bekomme, sowas von wie, sorry, können wir nicht machen. Aber sie haben mir eine Antwort geschrieben, dass sie praktisch mit dem Team sprechen werden und versuchen werden, das Ganze für mich zu machen. Und das ist natürlich super. So kriege ich halt ein bisschen, ja, besonderes Treatment hier auf der Plattform. Wird also besonders behandelt, was ich auch gut finde und ich hoffe natürlich jetzt auch noch mal einiges an Einnahmen hier auf der Plattform zu erzielen. Genau, das war es aber nun hier für dieses Video. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coachingbuch möchtest, dann geh doch gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coachingprogramm. Ich werde euch auf dem Laufen halten, was die Einnahmequellen angeht. Dankeschön und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.